Was bringt das Meditieren? Wie verändert Meditieren das Gehirn? Wozu hilft Meditieren überhaupt? Welche Wirkung hat die Meditation? Wozu Meditieren? Wie Meditieren? Welche Vorteile hat man durch das Meditieren und was sind Effekte der Meditation? Das sind einige Fragen, die mir gestellt wurden und ich möchte sie zusammenhängend beantworten. Mein Name ist Sukadev von yoga-vidya.de Was heißt zunächst mal Meditieren? Meditieren heißt, Du setzt Dich ruhig hin bei geradem Rücken, danach atmest Du ein paar Mal tief ein und aus, Du bringst Dich in die meditative Stimmung, zum Beispiel mit einer Affirmation oder einem Gebet oder Gedanken des Wohlwollens und dann nutzt Du eine Meditationstechnik, zum Beispiel die Atembeobachten, Du beobachtest, wie der Einatm kühler wird, durch den Nasendurchgängen, wie die Nasendurchgänge sich wärmer anfühlen beim Ausatmen. Du spürst die Kühle der Nasendurchgänge beim Einatmen und die Warme beim Ausatmen. Oder Du wiederholst ein Mantra mit jedem Atemzug. Oder Du konzentrierst Dich auf ein Chakra, Du spürst in Dein Herz hinein oder zum dritten Auge. Das sind verschiedene Meditationsweisen. Und was bringt das? Wir haben inzwischen eine Menge von wissenschaftlichen Studien weltweit. Meditieren bringt zunächst einmal eine sogenannte vegetative Umschaltung. Das heißt, Meditieren führt dazu, dass der Entspannungsimpuls ausgelöst wird. Das heißt, Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone werden ausgeschüttet, das sympathische Nervensystem wird reduziert, Parasympathikus wird aktiviert. Das heißt dann, Blutdruck sinkt, das heißt, Atemfrequenz wird reduziert, Gehirn erhöht die Alpha-Wellen oder sogar die Delta- oder Theta-Wellen. Meditation führt dann zu einer Ruhe des Körpers. Dann, wenn der Körper eher in diesem Entspannungszustand ist, dann kann auch die Immunabwehr sich verbessern. Das führt auch dazu, dass die Reparaturprozesse verbessert werden und dass auch etwaige defekte Zellen schneller eliminiert oder umgewandelt werden. Meditieren ist also sehr gut für die Nerven. Meditieren ist gesund für den Körper, hilft eigentlich zur Vorbeugung von praktisch allen Krankheiten und Meditieren hilft auch zur Heilung von allen Krankheiten. Also ist adjuvant, also unterstützend bei egal welcher anderer Therapie du machst. Meditieren kann sogar an sich heilend sein, insbesondere bei stressbedingten Erkrankungen, bei psychischen Störungen wie Burnout oder Depression oder Ängsten oder Panik und so weiter. Wie verändert Meditieren das Gehirn? Da gibt es inzwischen einige schöne Studien. Auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de kannst du eingeben, wissenschaftliche Studien, Meditation und da findest du eine gute Übersicht. Man weiß, dass Menschen, die meditieren, zum Beispiel die Dichte der Vernetzung im vorderen Teil des Gehirns verbessern, als insgesamt der von präfrontale Kortex, der wird größer und dichter. Man weiß zum Beispiel von Menschen, die über viele Jahre viel meditiert haben, die haben eben eine andere Hirnstruktur als andere. Über den Lauf der Jahre wird die Hirnstruktur umgebildet. Und insbesondere die Teile, die für die Impulskontrolle zuständig sind, auch für die Emotionskontrolle, wie auch für das Empfinden von Freude und Mitgefühl, diese werden größer. Meditation hat also durchaus Wirkungen im Gehirn. Meditation führt auch zur Ausschüttung von Serotonin, hilft auch den Glückshormonen, hilft die Stresshormone abzureduzieren, Adrenalin wird reduziert. Und insgesamt verbessert Meditation auch die Aufmerksamkeit. Und das heißt auch, Menschen, die meditieren, werden auch langfristig geistig gesund sein. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die meditieren, im Alter weniger unter Alzheimer leiden. Das heißt, meditieren hilft auch, dass die Hirnzellen sich regenerieren können, neue Verbindungen herstellen. Zwar baut die Hirnmasse auch bei Meditierenden ab, aber es werden eben auch neue Zellen und neue Verbindungen hergestellt. Also, wenn du einen klaren Geist haben willst, wenn du kreativer sein willst, besseren Zugang haben willst zur Intuition, wenn du mehr Gelassenheit haben willst, gesünder sein willst, wenn du mit deinen Krankheiten besser umgehen willst, dann meditiere. Meditieren bringt so viel auf so vielen verschiedenen Ebenen. Natürlich vom Yoga-Standpunkt aus, das Wichtigste ist, meditieren führt dich zur Erkenntnis deines Selbst. Meditieren öffnet dich für eine höhere Wirklichkeit. Langfristig kann dich Meditation zur Erleuchtung führen. Und diese Erfahrung der Meditation bleibt sogar dann, wenn der Körper stirbt. Mehr Informationen über Meditieren findest du auf wiki.yoga-vidya.de querstrich meditieren und Meditieren